Umso stärker das Druck ist, umso mehr Damage macht es, also das Ziel kann explodieren. Aaaaaaattt. Ich habe den Sound-Level. Ich bin gerade voll im Blutrausch gewesen, ich habe nur Zivilisten verschossen, voll böse. Nein, die Musik hat gerade so voll alles, irgendwie hat es mich gerade überkommt. Also komm schnell dahin, ich bin voll im Krieg. Die greifen mich auch an. Ja logisch. Ich habe voll Krieg gemacht, du bist mir Koopmann. Jetzt hast du Koopkriege. Warte, ich verstecke mich da im Räumchen. Oh du bist dumm. Sorry, ich habe gerade ein bisschen Musik gebraucht, ist alles cool bei dir. Oh jetzt brauche ich Energie, ich sterbe jetzt. Was ist das hier? Ah, da geht es nun Sternen. Irgendwie. Nope. Was lasse ich für Musik, ich lasse irgendwie Britney Spears gerade. Ja das ist besser. Besser als das. Also wow, gehen wir an die Koop Mission gemacht. Wow. Scheiße, das nervt. Ich bin in die Hangstellung gelaufen. Yeah. Nein, eine Wiederbelebung nötig. Wiederbeleb mich. Ja. Bleib mal stehen. Wow. Die ganze Zeit. Wuh. Hä? Jetzt bist du kummt. Jetzt wäre ihr gerade tot. Wir sind zu klassischer Musik gestorben, alter. Sorry für den Terror. Hehehe. Warte. Aber warte. Gehen wir mit Reggae, würde ich sagen. Aber ich höre den Sand nicht. Das ist mir gleich, ich höre. Also, gehen wir Koop Mission machen. Ja, welche? Momentum. Eben die, die wir noch nicht gemacht haben. Hier oben. Folge mir, mein Jüngling mit Glatzen. Lass dir zuerst mal Haar wachsen, meine. Ah, schon da. So geil mit der Zeitlupe. Wenn du am Kumpen bist, weisst du? Die Zeitlupe? Ja. Ah ja, hast du mir gar nicht aufgefallen? Wolltest du abends ins Gesicht? Oder ein Tentakel? Hey, Gesicht. Ohne Scheisse, ohne Scheisse. Wolltest du es schon? Wolltest du stressen? Wieso kann ich nicht wieder anscheissen? Äh, friendly fährst du nicht am Motorrad? Oh, Alter, du bist jetzt enthödelt. What the fuck? Was muss ich da machen? Ähm... Ja, nice. Ich kann dich jetzt... Komm bringen. Ich habe schon mal das Magazin auf dich gelegt, ohne dass du mich gesehen hast. Ah, nice. Gewisse Waffen sind deaktiviert. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Achtung! Ich wrestle da den Passagier zusammen. What? Und die Frau auch! Wolltest du zählen? Kann ich dich wieder kacken? Ich bin an dir vorbei gejumpt. Ah, jetzt. Oh, was? Die Powers sind auch nicht aktiviert. Da, da, da. Ah, die Special-Fight-Kite. Ja. Leider. Möp. Gut. Nein, meine Pistole, Mann. Die Pistole ist heilig. Hast du sie updatet? Ich weiss nicht mal, ob das da erzählt ist, weil ich eine ganz andere Waffe als ich normalerweise habe. Und so Zeugs ist eigentlich... Ja, du hast mir endlich mal gezogen. Was ist das? Was ist das? Schokoloff? Schokoloff habe ich. Schokoloff! Du, wir sind unmenschlich. Wieso brauchst du unmenschliche Waffen? Ja... NEIN! Aha! Special-Fight-Kite ist ja nicht... Aha. Nein. Nein, hast du die Energie geholt? Hä? Gib mir die Energie ein, die darfst du nicht holen. Was machst du? Ich bin schnell... Ich bin schnell... Warte. Wow, ich muss weg. Hä? Ich sterbe nächstens. Das ist voll geil, ich kann zu mausmässig nicht? Ja. Ja. Regeneriert sich da nicht mehr? Nope, du musst Passant oder so killen. Also, wenn du das gerade updated hast. Okay. Damn. Wehr dich mal, komm. Das ist kein Schussgefecht mehr. Willst du einfach flüchten bis in die Hand? Ja, das hat mein Leben mal gesehen. Ich sehe dein Leben. Darum finde es ja so geil, dir hier reinzurennen und immer an dir vorbeikumpen. Hast du mir das gerade? Natürlich. Du bist gerade vor mir, gell? Okay. Aha. Nein, wir sind schon noch drin. Hä? Jetzt haben wir andere Waffen erhalten. Da war vall. Äh. Du brasst. Ja? Ach. Ich sehe dich nicht mal. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Schon wieder. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Oh crap, meine Pistolen sind da gekehrt, Mann! Hä? Ah, du da hinten bist. Wieso habe ich jetzt... Nur der Dominator und... Xenoblaster habe ich jetzt. Ja eben, ich habe auch nur so komische Sachen. Ja, die Alien-Maffe finde ich sowieso nicht so. Ah, du musst dir ein Dubstepinator. Ja, das ist klar. Oh yeah, it is you. 100 Cash haben wir bekommen. Voll cool. 100 Cash ist nicht schlecht. Also... Soll ich mal mit der Maus spielen? Ja, los, Alter. Es ist unfair, wenn du Controller hast. Ja nein, ich bin einfach dran gewinnen. Mhm. Ja, dann weiss ich nicht, Mann. Aber mit der Maus ist es so viel einfacher. Ich habe gesehen... Hast du gesehen, wie du dich langsam gedreht hast? Im Vergleich zu mir. Wollen wir mal ein Dreh-Duell machen? Das stimmt. Du bist noch beschäftigt, kannst du bitte rasch. Yeah, wenn. Yep. Schau jetzt mal das Dreh-Duell. Okay, wie kannst du das am besten machen? Ja, mit WASD ist das nicht unbedingt... Also machst du so? Hä? Du siehst es aber gar nicht. Nein, aber du siehst es gar nicht. Das habe ich wieder gemacht. Wie kannst du? Ja, also wir machen so... Oh! Alter, ich wollte nicht! Ich habe einfach klickt. Ich klicke, kann mich zum Waffen auswählen. Wir machen so... Links, rechts. Okay. Das ist so los, Mann. Links und das andere Maus hinter dir. Hebe, das ist... Das ist unmöglich für dich, um irgendwie eine Fährheit zu machen. Mach doch mal. Also auf die Mitte stehen, Mitte schauen, rechts, links. Ich sage es mal so, ich schaue schneller, als er schiessen kann. Ja. Ja, WAS BÄTCH? Mit der Schlägerei? Hä? TANZ BABY TANZ! 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 Ich habe jetzt gerade mal mehr decent eingeschalten, der ist auch cool. Wie kann man mit der Tastatur rennen? Rennen? Ja. Ah so... BUM! Voll in grünen Punkt. Ah, okay. Ja, willst du mal starten, oder? Ja, wir können zusammen in eine Mission machen, geht das? Ja, das kannst du schon. Gehen wir irgendwie ein bisschen Steelport rocken, Mann. Ja, voll. Unreal Steelport. Oh, schau, da hat es was. Ah nein, das kann ich aber immer noch nicht nehmen. Ey, ey! Gib mir Geld! Yeah, I wanna challenge you, man! Was willst du, man? Aber scheisse, ich habe mich voll. Wow! Alter, der hat einen Headshot überlebt. Gut. Sicher nicht. Jetzt rennt er, ja. Ja, nach vorne. Der ist schwer zu sitzen, ja, der ist voll krass. Den töten wir nicht, Alter. Nein, nein, Mann, der ist unmenschlich krass. Hast du den... Hast du den Hulk? Schau, jetzt schiessen voll auf uns. Gehen wir, Mann. Gehen wir, ich habe Angst, Mann. Warte, warte. Ich könnte noch etwas machen. Was willst du machen? Abschleppen. Ah, halt. Nimmst du ihn mit? Nimm dir noch irgendein geles Auto mit. Das Auto? Ah, warte. Kannst du es bestellen, oder? Ja. Genau. Steigt er eigentlich ein, wenn ich jetzt mitnehme? Das wollte ich jetzt auch gerade schauen, Mann. Das habe ich keine Ahnung. Ja, was willst du? Peacemaker, Raycaster, Chrome Void... Aber was ist das alles, Mann? Ist das... Äh... Wolf? Etwas mit Wolf, oder so? Nope, habe ich nicht. Aber der ist auch nicht... Oh, ja, der ist auch nicht schlecht. Nur zwei Plätze allein. Wow! Er ist ein Fix. Ja, nein, jetzt ist er gestorben. Schau mal an. Mein Auto! Mein Auto! Schau mal, die junge Frau. Da ist ein dicker Platz drin. Genau. Ja, genau. Das hat ein Style! Ja, aber... Das hat ein Style, wie du die abschleppst, Mann. Ha, ha, ha! Du sie verrufst, Mann. Ha, ha, ha! Oh, oh, schau mal. Oh, oh, schau mal. Die ist gekommen. Ja, schau, es kommt. Hey, 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 hey! Giii! Giii! Sorry. Hey, hey, hey! Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ja, ich hätte auch gedacht, dass du wie ein G in einen einsteigst. Aber... Weisst du, das haben wir zuerst wieder. Ah, wir sind noch im Spiel drinnen. Darum... Ach so... Ja, klar, die Zeit ist oben. Wow, gib mir mal einen Headshot. Schau, wie viele Punkte es gibt. Was ist das? Crazy, eh? Polizei, Polizei, Polizei. Wie können wir rausgehen? Einfach abbrechen. Ah. Start. Meine Spiel verlassen. Perfect. Gut. Jetzt sag mal, wie kaputt mein Auto ist. Das sollte man gleich mal löschen. Warte mal, kann ich... Kann ich mein Auto abstellen? Also weisst du meine Sachen? Weisst du, solltest du doch schon, oder? Ah ja, voll. Nein. Was? Bindung zum Hostel wurde unterbrochen. Ah, crap! Das war nicht mit. Ich komme jetzt nochmal vorne. Kannst du einsteigen, sonst... Es britzelt irgendwie nicht alles so? Ist das, weil wir den Korb sind? Schon. Ah, nein. Ähm... Ah, du bist da. Ist gut, bist du ready? Ja. Ja. Oh, die Polizei sucht. Das ist schön. Haha. Kämpfe gegen die Seins. Für mich ist alles so langsam. Langsam? Ja, so. Wahrscheinlich hast du es gar wieder raus. Ich könnte mir vorstellen, es ist einfach alles noch kaputt. Jetzt müssen wir es noch fixen. Ja, das könnte schon noch sein. Wo bist du jetzt? Cruisin', cruisin', cruisin'. Oh! Ich chill es da mit der Pulle. Ah, du bist auf der anderen Seite. Where are you at? Ja. Siehst du meinen Pfeil? Ja, ja. Dann hat es eine Brücke bei mir unten. Aber hat es dort auch noch eine? Ja, ich bin auch einer. Ah, nein, nein. Ja, komm runter. Ah, ich verfolge dich mal und die Brücke. Fahr mal weiter sonst. Ja. Ah, du bist wundern. Ja. Ich sehe keine Abfahrt eben. Jetzt muss man da. Warte, soll ich runterkommen? Ja. Ah, du kannst ja fliegen und alles, Mann. Wir sind ja Supermans. Ja, voll. Ah. Vergiss ich immer. God damn it, Mann. Ah, ich habe gerade an die Crash gesehen. Bist du rausgespickt? Ich bin im Wasser. Ja, ich habe dich gesehen. Bist du rausgespickt? Ich bin auch vier, sozusagen. Wuh? Aha. Warum bist du dich raus? Nein. Ich nie. Wieso das? Ja, du kommst aus dem Gump. Ah, voll aus dem Gump. Ich habe Delfin, Mann. Ich sage es, ich habe Delfin-Part. Ist aber noch nicht drauf. Nein, da geht es durch. Schau, da sind wir schon. Mal schauen, ob wir das auch miteinander machen können. Was? Die Mission auch. Es sollte schon gehen. Also... Im 3. Es ging. Also... Siehst du sie jetzt auch? Ja. Ja. Oh, scheisse. Dort vorne. 215 Meter. Ja. Oh nein, nein. Ich muss das auch noch aktivieren. Ah, nein. Und das ist genau gleich in dem Fall. Voll cool. Ja. Ich nehme den links. Fake, fake, fake. Komm rüber. Da ist er schon hinter. Ja. 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 Oh nein. Nein. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Was ist das für ein Ding? Achtung, Achtung, Achtung. Renn weg, renn weg. Er schreitet. Boom. Bist noch nicht so weit in dem Fall, ja. Und kill, wenn möglich Bullen und so Zeugs. Und sammle ihre Energie. Ja. Ja. Oh. Oh du meinst, äh, zum heilen? Mhm. Ja, voll. Oh, Eilids kommen auch noch. Okay, okay. Ja, ich würde sagen, Flucht. Oh, gut. Gehst du weg. Okay. Nein. Ja, wollen wir noch etwas machen? Oh, Ulle. Iiiiih. Ich schaue schnell weg zur Mission. Äh, hast du die da? Siehst du das Teil da? Das rote? Moment. Wo? Links von dir. Ein riesiges rotes Teil. Siehst du das schon? Die Kugel? Ja, ja. Siehst du die geilen Zeichen? Ich nehme das links. Ist gut? Ah, ja, ja. Ich sehe es. Du musst mit E zerstören. Lange E-Druck. Es hat überall noch etwas Feindelung. Ich bin nicht allzu gut. Okay. Okay. Oh, du meinst... Ja, ja, ja. Die Tänis da. Okay, ich bin... Ohhhh. Cops, man! Wir sind auch gegen Aliens. Okay, jetzt könnte es gehen. Nein, es geht nicht. Jetzt treffen sie. Okay, Energie habe ich noch genug. Okay, der erste ist down. Du brauchst noch Energie. Sorry, du musst dich löschen. Ich weiss kein Energie, man. What? Leuchtkugel abschiessen. Leuchtkugel abschiessen. Leuchtkugel? Ah, Leuchtkugel. Ah, ja. Holy crap. Was ist die da? Ja, sorry, dass du bei mir so viel sehen musst. Also es kommt voller Energie. So close. Und da liegt ein bisschen rum bei mir. Also ich probiere es jetzt. Ich probiere es jetzt zu aktivieren. Gib mir ein bisschen Deckung, wenn es geht. Also es kommt von überall. Es kommt von überall. Vergiss es. Wir müssen da zuerst klein aufräumen. Ist ein wenig heavy. Ich komme immer wieder. Ja, ja. Ich weiss, aber... Du willst schon was? Du hast Energie farme. Das tut mich allein. Ja, mit Zivilisten. Du kannst mich kurz wieder. Ja. Wow! Okay. Danke. Stehen sie wieder? Hier. Oh nein. Ey, die sind so übel. Die sind so übel. Das ist extrem. Ich probiere es mal. Liegt das im Coop-Modus? Oder einfach daran, dass wir vorher schon zwei Sternen hatten und es einfach übel geworden ist? Ich weiss das auch nicht. Ich glaube, das waren die zwei Sternen. Bei mir sind es vier. Ja. Oder hast du einen Strichl? Ja, der vierte ist jetzt auch dran. Probier das zu holen, ja. Ey, aber es ist auch ein Hammer. Geht genau. Schon wieder. Down? Ja. Wo? Nein, nein. Das war's für Bindy, guys. Aha. Shit. Ich wundere was...